Gestern Abend die ganze Mannschaft wieder angereist. Sonny Mann und der einten Tochter habe ich so eine Weltschreibunterlage geschenkt. Und was muss ich jetzt seit Stunden? Gestern Abend schon und heute Morgen. Nicht nur ich, die ganze Familie. Katniss ist die Hauptstadt für Kanada. Ottawa. Richtig! Juhu! Für Mexiko. Mexiko! Ja. Für Mongolei. Zeland. Davon. Ja. Philippine. Nein. Der ist schön. Ah, nicht zu eng. Und der ist auch nicht. Und der muss schliessen. Ja, ich weiss es. Hm. Kennst du das? Ich habe etwas weggeworfen. Jetzt finde ich es nirgends mehr. Ich muss es suchen. Die heutige Tagesaufgabe, die 5 Minuten Organisationsaufgabe, ist durch dieses Fachsystem, die interne Post zu verteilen. Ich zeige dir mal, wie wir das lösen. Es gibt schöneres. Ich habe das im Gang, wo wir immer hin und her laufen. Ich hatte das früher auch woanders. Und dann, ja, hier angeschrieben mit den Namen, auch über Gordeler, wo wir wohnen, die Hobbys. Und dann kommt, es sind da Schultermine drin. Denn dann wissen wir immer, was aktuell ist. Man könnte es schöner machen. Kostverteilung funktioniert bei uns bei so selbstgebastelten, ja, Briefkästen an den Türen. Na ja, das ist wie ein Abfall. So, heute geht es mit diesem kleinen, kleinen Selbstbedienungsbändchen in die Höhe. Ich bin am Schaffen. Ich bin am Schaffen. Ich bin am Scham. Ich bin am Scham. Ich bin am Scham. Ich bin am Scham. Ich bin am Scham.